Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir als Gentleman. Wir sind immer noch dabei, ein wenig die Map-Zircon. In diesem Fall ist es der Tempel von Le Marais. Und damit heißt es Sprinten, ein dreiviertel Kilometer. Und fiel einfach auf der Straße, weil ihn der Assassin umgeworfen hat. Diese 8 so bösen Hashashin. Ja, ich weiß nicht mehr was. Hier war ich doch gerade schon. Oh, da drüben gibt es Alarmglocken. Alarmglocken sind immer gut. Kann man ausschalten. Spannende Musik & Spannende Musik Spannende Musik Alarmglocken Moin Leute, noch 300 Meter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 dass du einfach hier direkt los schießt und leg mal deinen spießweg das geklappert das geht ja kein schwein aus ich bin ein fahrer ich bin ein fahrer ich bin ein fahrer die Oh, mein Gott. 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 Das heißt, da kommen wir nicht ohne weiteres rein. Das geschäft wird zu teuer sein. Oh, mein Gott. 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 hier war das schöne labyrinth so hieß es glaube ich es ist selbst klauen dann kann ich den diem jagen es 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 Ich hab dich. Ich hab dich. Jungs, ihr solltet euch nicht mit mir anlegen. Ich hab gehört, hier ist eine Lieferung für mich angekommen. Ich hab dich. 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 Ich hab dich.